Der Bauforum 24 TV Nordbau Report, präsentiert von HKL Baumaschinen. Mieten. Kaufen. Service. Wir sind hier auf dem Messestand unseres erfolgreichen Händlers Wien über Baumaschinen, hier auf der Nordbau, wo wir vor einem Jahr auch den Vertrag gemeinsam unterzeichnet haben und sehr erfolgreich gemeinsam Maschinen verkauft. Im Mittelpunkt steht natürlich wieder einmal unser MX City Bagger, der stärkste Kurzweck Bagger seiner Klasse. Es ist nicht nur der T4 Motor, sondern auch einige Veränderungen, die wir vom Markt aufgegriffen haben und in dieser Maschine haben einfließen lassen. Mit Rehmer ist gegründet worden 1959 von Keltwerner Jensen mit Sitz in Dänemark und wir haben 1996 die Weimar Werke übernommen und in Weimar produzieren wir unsere Damperlinie, die aus zwei Maschinen besteht, einmal aus dem 912, das ist eine zweiachsige Maschine und dem 922, die Maschine, die Sie hinter uns sehen, eine Maschine mit 20 Tonnen Nutzlast. Wir haben ein Eigengewicht, was leichter ist als die Nutzlast, was vollkommen untypisch ist für Damper. Meistens ist das Feld und das immer nahezu 1 zu 1. Und das bedeutet, dass unsere Maschinen sehr, sehr lebendig im Gelände sind und weniger Einpresstiefe haben und auch da noch durchs Gelände fahren können, wo andere Damper eigentlich nicht mehr durchfahren können. Und bedingt durch das leichte Einsatzgewicht hat die Maschine natürlich auch einen sehr, sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch. Überhaupt sollte man als Anwender immer darüber nachdenken, dass ein Damper mindestens die Hälfte der Strecken, die er fährt, auch ohne Material fährt. Und deshalb ist das Eigengewicht nicht zu unterschätzen. Die Mulde lässt sich in rasender Geschwindigkeit von 7,6 Sekunden kippen, mit einem sehr, sehr steilen Kippwinkel, sodass wir auch in Schräglage, also in Bergaufwärts, gut noch Material auskippen können. Die Mulde ist außerdem ausgestattet mit einer hydraulischen Klappe hinten. Der Vorteil ist leicht erklärt. Wenn ich Material ausschütte, dann kann da nichts verkeilen, weil die Klappe nach unten aufgeht. Ich kann aber auch, wenn es sein muss, Langholzmaterial zum Beispiel transportieren, also Material, was dann über die Klappe hinausschauen kann. Bauforum 24 TV – Construction in Motion